Hallo Mädels! Wir machen heute ein bisschen Beine und ein bisschen Gluteus Maximus. Der Gluteus Maximus sind die zwei Pobacken. Joi, aber keine Schulter, keine Rücken, keine Arme. Und denkt immer dran, ich bin operiert. Und denkt immer dran, ich bin so oder so operiert. Und der Klaus hat wieder die Gewichte dahergestellt. Und ich habe gesagt, ich mache nichts. Ich habe schon angefangen mit ihm. Schatzi, geh doch ein bisschen weiter, dass sie meine Beine sehen. Ja, aber du bist doch in meiner Reichweite. Meine Fans müssen mich sehen. Schau, weil ich habe einen Zaubertrick. Man kann ja gar nicht sich aufwärmen. Weg! Haha, ich habe ein Talent. Also mein Kleiner, der spricht die Tat auf. Hopp, 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 hopp. Wir wärmen uns immer gleich auf. Ja, wir wärmen uns, weil die Leute mögen ja immer gleich. Meine Dance Yoga Trainerin hat immer gesagt, man soll sich immer gleich aufwärmen. Man ist ja auch, nämlich auch immer den gleichen Salat, in den gleichen, in seinen Lieblingssalat, in den Lieblingsrestaurants. Stimmt gar nicht. Doch, und es ist immer gut. Also immer gleich aufwärmen. Also ihr wollt auf jeden Fall mal eine Wasserflasche. Oder auch Handeln. Wenn ihr mehr Gewicht wollt, aber ihr Handeln habt, dann könnt ihr euch so 5 Kilo Flaschen kaufen. 2 3 und kreifen. Schön die Beine ich sie warm machen, weil ich da für Euch das Beste für wie Ereiden. Beste für Freitag. Und jetzt Nach Hinn. Deine Reichert, ok. Ha, Bechtübung, Kombination, Kombination, wenn es bei mir ein bisschen komischer aussieht, Illiko kennt meine Knie, also von der her, habt Rücksicht. So, schau dir, ihr habt das Ding hier, ihr habt das Ding hier und jetzt kombinieren wir. Wir gehen einmal schräg, Ausfallschritt, einmal gerad, hört ihr sein Knochen, klick, klick, schräg, hoch, gerad, schräg, hoch, gerad. Noch einmal? Nein, Synchronisator, 30 Sekunden rechte Seite, 30 Sekunden linke Seite. Gerade Rücken, Bauch einziehen, vorne am Brust heben und 4, 3, 2, ich weiss gar nicht was er gemacht hat, aber egal. Er hat 1, 2, 3 und immer das gleiche Gebein, immer das gleiche Gebein, immer das gleiche Gebein. Entschuldigung, 1, 2, du hast zu mir gesagt, ich sei Störfaktor. Ja, auf meiner Reichweite. Du bist kaputt? Na, du bist kaputt, mach mal richtig. Ich mach total richtig. Ich finde, Herr Blau steht jetzt so super. Der ist so kaputt. Autsch. Also seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Und gefällt dir? Nach hinten. Ja? Total. Ich sehe es. Uh, das macht voll Spaß. Ja, und immer höher noch, ja. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten. Sehr gut. Sehr gute Übung. Ich muss ein bisschen Fenster hier öffnen. Ja, machen wir. Okay, und gleich dann auch wieder nochmal, oder? Drei Mal. Aber das geht, das ist nicht so. Natürlich. Sehr gut. Und. Zweite Runde. Nimm dich. Vier. Drei. Zwei. Und los. Seite, nach hinten, zurück. Entschuldigung, jetzt war ich aber schnell. Seite, nach hinten, zurück. Seite, nach hinten, zurück. Seite, nach hinten, zurück. Zurück. Seite, nach hinten, zurück. Seite, hinten, zurück. Was machst du jetzt abwechselnd wieder? Oh, scheiße. Entschuldigung. Also gleich nochmal 30 Sekunden. Gleich nochmal 30 Sekunden. Entschuldigung, ist das nicht? Ja, ne. Absicht, ja. Nacht, nach hinten. Oh, guck mal, ich habe Spächer. Das ist ja auch mal schon. Okay. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Sehr schön, runde noch. Sehr lustig. machen wir wieder nur eine Seite, wie der Chef haben will. Der sitzt da mit seinem Kaffee und guckt mir zu. Aber heute sind wir voll im Partnerlook, voll im hellblau. Bei uns dominiert blau, ladies. Blau, blau, blau. Nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen, wir sagen nicht alles. Hallo Ebba, fleißig. Irgendwann, irgendwann, zweite Runde, hast du Zeit? Dritte Runde, dritte Runde, dritte Runde, du bist echt, dritte Runde. Na komm, komm, guck mal Zeit, komm, brauchen Sie immer deine Augenbrauen zu planen. Ich weiß, ich zu planen. Noch vier, noch drei, noch zwei. Und los. Und Seite, nach hinten, und gleiches Bein. Seite, nach hinten, und gleiches Bein. Seite, nach hinten, hoch. Achtet bitte auf eure Knie, dass sie schön 90 Grad sind. Nach hinten, nach hinten, zurück. Ach ja. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, du hast Zeit verwechselt, ganz sicher. Und wechsel. Aber warum brauche ich dieses Gewicht jetzt in meinem Arm? Damit du weißt, dass deine Hände sind. Nein, jetzt war er nicht. Ja, damit du stabilisierst. Ach so. Weil deine Eier nicht. Ja, dann musst du mehr Körperspannung halten, sobald du ein Gewicht oben hast, oder eine Seite hättest. Wenn du dein Gewicht hättest, willst du Eier und so aktivierst die unteren Muskulatur, damit du nicht so rumeierst. Seitlich, nach hinten, zurück. Seitlich, nach hinten, zurück, seitlich, nach hinten, zurück. Und Zeit. Und wie fühlst du es? Du kommst. Ich schon wieder? Ja. Komm, hopp, hopp. Ja, ich bin ein bisschen müde heute. Ja. Er redet. Er ist müde. Er ist müde. Jetzt geht's los. Schaut her. Wir gehen in Squat, hoch, ran, in Squat, ran, in Squat, hoch. Aha! Das ist fast wie ein Choreo, Elis. So was gefällt mir, das ist nicht langweilig. Soll du deine Augen brechen, hast du schon voller Glück mit. Ich habe die Lappen hängen halt immer so. Ich muss zwar voll. Okay, warte, ich weiß es nicht. Bauchhänschen, die erste Runde musst du warten. Komm, jetzt. Ich bin schwer gemeint, ab objektieren. Ist mir egal. Bereits? Vier, drei, zwei, Zeit und seitlich, runter. Nein, nein, stopp, stopp. Was? Du fährst im Sport an. Im Squat anfangen. Im Squat. Tief. Ran führen. Nein, nein, nicht absetzen. Nur ran führen. Der macht mich fertig. Nein, nein, du hast mich gefragt. Also ich sag das. Zeig nochmal. Schnell. Schnell. Ohne Gewicht. Tief. Immer das gleiche Bein. Ach so. Oh. Deine Knochen. Okay. Oh. 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 Ich mach das. Okay. Oh. Oh. Tief. Ran führen. Tief. Ran führen. Tief. Auf die Spitze gehen. Ja. Oh. Oh. Tief. Ran. Tief. Ran. Tief. Spitze. Ab. Ran. Ab. Ran. Tief. Hoch. Ab. Ran. Ab. Ran. Tief. hoch, ab, ran, ab, ran, tief, hoch, ab, das ist gut, logisch, also bin ich schon total viel, du bist fit, nein, nein, du bist fit, also ich spüre nicht so viel, geht es bei euch? Ja, guck mal, zweite Runde, vier, drei, zwei, los, tief, ran, tief, ran, tief, ran, tief, hoch, tief, ran, tief, ran, tief, ran, tief, ran, tief, ran, tief, hoch, tief, ran, 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 Hoch. Tief. Zeug. Okay. Ja, es geht, weil ich finde, wenn die Muskeln nicht übersäuert sind, dann geht's. Wenn ich natürlich vier Tage in der Woche mache und am Freitag, dann bin ich ja meistens immer tot. Jetzt habe ich halt am Mittwoch angefangen. Ja? Und das macht dann schon was aus. Ja. Okay. Dritte Runde. Vier. Komplettris. Drei. Und genießen. Und los geht's. Sommer ist bald da. Hoch. Zurück. Und wir auch wieder im Kursrauben. Tief. Hoch. 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 Ein bisschen neues Konzept, ja? Ja! Mit mir! Und mit mir nicht. Manchmal hoch, tief, ab, tief, ab, tief, hoch, tief, ab, tief, ab, tief, hoch. Und Zeit. Nächste Hilfung. Komm Schatzi. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So, schaut her. Jetzt ohne Gewicht. Aber jetzt wird es ein bisschen pulzig. Schaut her. Squat, Leg, Squat, Leg, Squat, zusammen. Squat, Leg, Squat, Leg, Squat, Squat. Nur kurz, nur ein bisschen. Nur kurz hoch, nicht höher. Aber ich habe Angst, dass es zu viel Druck entsteht. Ohne Gewicht. Ohne Gewicht. Nochmal. Squat, Leg, Squat, Leg, Squat, hoch, Squat. Das ist alles. Ein Jumpy Jacks. Nein, ich kriege es aber zusammen. Ja, ja, ein Jumpy Jacks. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was du jetzt gemeint hast. Okay, der Squat steht. Das ist ja jetzt das Kollige. Das ist ja auch месяz. Squat Leg Curl, kwatt Leg Curl. Squat, jump. Ohne Arme. Die Arme kannst du vorher nochmal laufen lassen. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hop Und dann merke ich, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Fenster. Wofür haben wir einen? Wie viele noch? Normalerweise nur zwei. Okay, bereit. Zweite Runde. Vier, drei, zwei und tief, lecker. Tief, lecker, hopp, bam, bam. Tief, hopp, hopp, hopp. Tief, hopp, 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 hopp. Fünf Sekunden noch. Hopp, 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 hopp. Letzte Mal. Okay. Jetzt ist nicht mehr so lustig. Ja, kriegen wir hin? Aber dann nicht mehr springen, dann will ich nicht mehr mitspringen. Mach meiner mit, mach meiner mit. Kannst du meiner Reichweite doch jetzt sagen, dass du mitmachst, was schnell steht denn da? Nichts, die sind immer nur gleich geblieben, die machen ja. Okay, nächste Runde und los geht's. Also da sind wir am Frühstücken, am Frühstück und alles fällt. Und los, komm. Sie sind ja bei der Zwanz. Denk also normal. Tief, hoch. Entste können wir mal raus. Hopp, hopp, tief, tief, hopp, hopp, vier, drei, zwei, eins. Aber ist ein geiles Konzept, muss ich ehrlich sagen, hat Iniko gut gemacht. Komm. So, jetzt schauen wir her. Sehr gut. Easy. Komm, komm, komm. Easy, easy, easy. Kleine Schritte kennen wir schon, machen wir jetzt aber, weil es eine tolle Rückkammer ist. Okay. Mehr, tief, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Okay. Ihr musst ganz leicht machen. Mit Gewicht? Ohne Gewicht. Ohne Gewicht. Ohne Gewicht. Warum? Ja, mein Schwer. Okay, der Reichleiter ist vor. Jetzt werden die Beine kaputt. Oh. Freitags kann ich nichts mehr tun im Haushalt. Nix mit Putzen und muss nicht viel. Habt ihr das gehört? Aber hast du doch schon gemacht? Hat jemand noch von euch drei Männer zuhause? Vier. Vier Männer zuhause. Also nicht ohne, ich sag's euch. Aber besser so als zu wenige. Wollte ich nicht. Mach's schon hart. Undlang. Ruhig. Ruhig, 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 push. Jetzt kann man ruhig 45 Sekunde machen. Nein, ich kann nicht unter merken. Vor, 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 vor. voice push 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 push-rück then push push push, push push, push push Push, push, rück, 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 push, 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 Zeit. Alles gut? Der Kreislauf ist voll jetzt. Aber du hast es auch nicht richtig gemacht. Was habe ich nicht richtig gemacht? Der ist immer kaputt, wenn ich das ihm sage. Was habe ich nicht richtig gemacht? Ja, das ist halt erst springen und dann ist jetzt so ein Kack. Nein, alles gut. Zweite Runde, kriegst du hin oder nicht? Weiß ich nicht. Ich muss anfangen und dann spüre ich das. Okay, dann geh bitte nicht so ganz nach vorne, sondern bleib mir aufrecht. Wir fühlen. Ich bin jetzt genervt. Und los. Es sieht klasse aus. Push, 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 push. Diese Schockerl machen hier schlecht. Mach die Augen so. Und bleib unten. Push, 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 push. Und vor, 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 vor. Push, 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 push. Rück, 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 rück. Push, push. Zweimal noch. Und vor, 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 vor. Push, 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 push. Rück, 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 rück. Push, push, push. Und Zeit. Diese Schocken. Das ist gut. Das ist mir voll dann schwindelig. Schwindelig? Schwindelig. Wie sagt man? Schwindelig, schwindelig. Schwabe schwindelig. Und wie ist Hochdeutsch? Schwindelig. Wie ist es nochmal Schwäbisch? Schwindelig. Hä, was ist das Unterschied? Schwindelig, schwindelig. Schwindelig. Ich verstehe nicht. Schwindelig. Was geht jetzt? Er weiß es nicht mehr. Ich bin so kaputt. Er weiß es nicht mehr. Und los gehts. 1, 2, 3, 4. Push, 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 push. Rück, ganz schön. Rück, rück, push, 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 push. Vor, 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 vor. Push, 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 push. Rück, 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 rück. Push, push. Dreimal noch. Und vor, 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 vor. Push, 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 push. Rück, 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 rück. Push, push, push. Und lösen. Oh Gott. Komm, Schatz. Ja. Jetzt brauchen wir noch eine Matte. Letzte Runde. Jetzt brauchen wir noch eine Matte. Jetzt wichst doch nicht auf, dass ich mich hier lege. Doch, war dann mit der unkippschen und falschen zu dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich meine, du musst weiter nach hinten. Der ist nicht in der Kamera. Oh Gott. Und den hat ich zu hoch gestellt. Ja. Okay. Also im Möbelbranche jetzt auch nicht. Okay. Ja, geht so. Pass auf, was jetzt passiert. Geht so. Hört genau. Jetzt müsst ihr gleich mal den Zaun telefonieren. Den Zaun. Schau her. Jetzt geht los. Ich mach nicht alles, gell? Ihr seid hier. Okay. Ihr seid hier und wechselt nur das Bein hoch. Das ist alles. Ja, das ist okay. Ja? Ist okay. Dann bin ich gespannt. Nochmal. Ihr könnt die armen Hände Fingerspitzen nach vorne oder Fingerspitzen nach hinten machen. Wenn ihr die Fingerspitzen nach vorne macht, trainiert ihr auch noch hier das. Was ist das, Schatzi? Ich freue mich so heute Abend Beine zu machen, Jasmin. Und los geht. Schatz, was ist das? Trizeps. Das trainiert ihr dann auch das Trizeps. Okay? Also wenn ihr die Fingerspitzen vorne habt. Genau. Bereit? Bauch, Hensi. Oh, ey, mein Schulter oder was ist das? Ah, tolle Übung. Oh. Ich hab's gesagt. Hört, was sie sagt. Oh. Hopp. Oh. Und jetzt wechselt die Beine hoch. Oh. Komm. Nein. Die Zeitlauf. Ja, super. Oh. Du spinnst. Eingewinkelte Knie. Eingewinkelte Knie. Ja, super. Das ist eine tolle Übung. Du spinnst echt. Du spinnst echt. Leck Curl. Leck. Curl. Leck. Curl. Beinbizeps. Beinbeuger. Also wir trainieren dann dieses hier und dieses hier. Okay? Beinbeuger. Bauch einziehen. Zweite Runde. Und dann haben wir es gleich geschafft. Und los. Der Po ein wenig höher und so schön im Wechsel wie es zum Schluss geht hast. Das war super. Das sieht toll aus. Hopp. 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 Ich hab so Muskelkatte im Bauch auch. Ich hab so Muskelkatte im Bauch auch. Ich hab so eine Stunde lang zu. Hopp. Es motiviert mich so. Hopp. 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 Noch vier. Hopp. Drei. Zwei. Und lösen. Oh. Oh hey. Oh. 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 Jetzt muss ich mich beherrschen und keine Schimpforte zu finden. Guck mal, das passt in deinem Opa rein. Jetzt schwitze ich schon richtig gut. Du, du, du musstest gar nicht beachten, dass ich Opa hatte. Null. Du guckst ja nach oben oder nach unten. Du guckst doch nach oben. Die Augen sind auch nach oben gerichtet. Juhu. Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich nach oben, ob ich nach zwei Tagen Sport gemacht habe, nach Kaiserschnitt nach zwei Wochen. Und los. Hopp. Aber du hast mich sehr schön mit einer E-Mail angefragt. Hallo, sehr geehrter Herr Kirsch. Hopp. Würden Sie? Hopp. Hopp. Sieht super aus. Hopp. Hopp. Die Übung finde ich. Und man sieht es auch, dass du Spaß hast an der Übung. Boah Schatz, ich höre ihn doch. Sekunde noch. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Oh, zeig. Der ist so blöd. Der ist nicht normal. So, jetzt. So, meine Lieben, meine schöne Reichweite. Das war jetzt Beine. Ich muss nicht nur zusammenreißen. Oh. Beine und Po. So. Mädels, jetzt noch ganz schnell ein Shake trinken. Protein Shake. Oder macht noch ein bisschen dehnen. Und jetzt am besten ein Protein Shake. Natürlich. Ohne Zuckerzusatz. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende über. Das könnt ihr mir ja ständig philosophieren. Schönes Wochenende euch. Tschüss. Tschüss.